Marco, bist du eigentlich noch da? Und, wie viel ist denn der Stream? Echt? Das ist ja seltsam. Okay, gut zu wissen. Mal gucken, da oben sind Fallen. Da sind auch Fallen. Also wir erst mal die Fallen abschalten. Komm, soll es da rübergehen, du Penner. Dann eben hier. So, ich frage mich aber jetzt, ob alle Fallen abge... ...geschaltet sind. Oh, alle. Oh, ich frage mich. Anfänger, du hochklettern, du Idiot. Scheiße, geht nicht. Okay, dann... ...nach kurz speichern. Jo, viel Spaß dabei. Mach den Tresorraum lieber noch nicht auf. Ihr wisst ja, was dann passiert. Außer die natürlich, die es nicht gesehen haben. Ah, alle Fallen abgeschaltet. Sämtliche Fallen weg. Ist das geil. Also, ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Warte, was dann? Alles klar. ich glaube ich habe jetzt alle dokumente aus dem level oder immer noch nicht der bank auf zwölf von 13 eingetragen ist eingesammelt und das hat wohl nicht gezählt oder so ich weiß es nicht so jedes mal wenn ich so komische kleine zettel einsteck gesehen für mich immer aus wie kondome ich weiß nicht wie es für euch aussieht aber für mich sieht es meistens echt aus wie kondome so jetzt aber jetzt muss ich alle konto kommentaren oder immer noch nicht das glaube ich gar nicht ich hatte es mehr das tut was ich will mal ne oder ne doch nicht gut aber fällt mir an ich sollte mal auf ein paar dingern hochgehen vielleicht liegen da oben noch sagen kann ich beim letzten mal immer vergessen als die klaren du sag ich liebe den bankraub kann man so schön den bank aus rauben hat toll nichts drin nehmen wollen wir verkohlen hier oder was da oben da oben hier da oben das war Schade. Halt mal. Ach, das ist die Blume. Ah, ja. Wasen finde ich hier bloß keine mehr. Kann ich hier hinten entlang? Ja. Ah, hier sind noch. Jetzt verstehe ich. Kann man hier Licht abschalten, oder was ist das? Ah, nee. Das ist es. Hab ich letztes Mal, glaube ich, nicht gemacht, diese Dinger hier. Schon wieder so viele Kondome. Ach, nee. Das ist eine Wirkschaft. Ich denke, es sind Kondome. So, mal gucken, ob noch ein Mal unentdeckt ist. Perfekt, perfekt und perfekt. Ich wusste, hier drin ist eine Kamera. Kamera, beeil dich mit dem Drehen. Oh, nette Aschenbecher. Wen hat dann den geklaut? Oh, da ist eine Vase. Wenn ich die kaputt mache? Hm, könnte er aufmerksam werden. So, jetzt die Schubladen aufmachen. Okay, ist nichts mehr. Da ist noch was zum Aufheben. Ich denke gerade, ob ich die Vase zerstören soll oder nicht. Ich probiere es einfach mal. Ah, habe ich gerade. Und ja, ich habe was in der Vase gefunden. Da lag was drin. Ich bezweifle schwer, dass du noch pünktlich sein musst. Ja. Bankraubbeute. Zwei von zwei Sammlerstücken. Geiler Shit. Das habe ich jedes Mal übersehen. Bis zum nächsten Mal. So, gleich habe ich mehr Zeit, da werde ich die ganze Scheiß ausräumen. Halt, kann es sein, dass ihr nur auf der Seite dreht? Ja, so wie es aussieht schon. Ah, geil. Träumen weiter. Vielleicht wurde ja dein Schwert geklaut. Ah, ich gehe lieber außen rum. Vielleicht ist es auf der anderen Seite auch noch was. Ich möchte es so sehr interessieren. Die sind auch keine Tresore. Verdammt. Was sind die letzten Sachen, die mir fehlen? Jetzt. Arme Lady Hudnall. Erst das Feuer. Jetzt ich. So, geschafft. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht wissen. Aber egal. So, wie viele Sachen fehlen mir zum Klauen? Sechs. Das sind zumindest wesentlich weniger als vorher. Zählen Nahrungsdinge eigentlich auch zum Stehlen? Oder eher nicht? Ach, scheiße. Mach ich anders. Das ist die Kamera. Hier ist die Kamera nicht. Und drehe ich schneller Kamera. Ray this, day this, ringer ringer, I am. Was ist denn meine Arie? So, jetzt freu ich mich aber, wo mir noch Sachen fehlen. Hä? Das hat doch gerade geblinkt. Da ist eines davon. Biss. Uh, ich kann auch unter Ziele nachgucken. Gut zu wissen. Ja, habe ich gefragt, wieso ich das jetzt erst bemerke. Keine Ahnung, ich achte auf solche Dinge nicht wirklich. Das ist noch eine Basis zum Zerschlagen. Halt, habe ich den nicht eben schon zerschlagen? Mann, da fehlt doch noch ein paar Sachen, die ich klauen muss. Wo sind die nur? Die habe ich doch auch zerschlagen, bin ich mir ziemlich sicher sogar. Du siehst, wenn ich dieses blaue mache, diesen Fokus, dann siehst du es im blauen. Und wenn da eine Türklink ist, dann wird es angezeigt. Dann wirst du es sehen. Die linken K.O. Leute. Verdammt. So, das ist...